Dang, hot to dang. Der Bear Tank, oder? Ja, sonst machen wir einfach Tinker, Brad, und dann bin ich einfach der Kurier. Ich habe nur die Lens aus dem Pusher, effektiver Pusher bin ich nicht. Ja, nein, nein. Ja, ich meine, Tower Damage haben wir ja trotzdem gar nicht zu lernen, weil du die Farmen hast, oder nicht? Ich habe nur Waves aus dem Pusher, oder? Wenn man etwas dagegen picken kann, oder? Irgendwie Venge, oder Abaddon? Ja, Venge wäre ich dafür, aber dann gefällt mir das nicht so, wegen... Es ist einfach die Range. Und ich finde, du setzt Bad Rider nicht einfach Counterpick im Sinn von, dass das Lassen weg ist, weil... Wenn dann einfach zwei Helder dazu da sind, um sich gegenseitig aufzuheben, dann ist es einfach eine Chance. Ich weiß nicht, Bad schaut schon gut in der Lange, aber dann macht nicht viel dort. Also jetzt musst du aufpassen, Gräber. Mhm. Wer hat er im Griff? Wer ist der Bad Rider? Ja. Magic Stick. Haha. Ja, und er macht ja auf jeden Fall auch nicht. Äh, das Mana kannst du gut brauchen, als ich denke. Ja, du hast ihn nicht... also mein mega Ding, äh... Wenn du am anderen so viel Mana kannst geben, musst du einfach ein bisschen... Der spielt in Mitte, habe ich gesagt, oder? Höchst wahrscheinlich schon, ja. Wie schreibt man im Allchat? Überall Konsolen. Ja, Sepp, und Schiffe. Sepp, Sepp, Sepp. Aber Abstand dauert, würdest du sagen. So kann ich jetzt noch Konsolen aufreffen? Muss mir Konsolen geben. Dave, wegen dem nächsten Ban. Wieso war ich schon jetzt sagen? Mhh, ist irgendwie ein Pfele. Ich glaube... Ich meine, auch Hunger. Wenn wir jetzt auch gewinnen und nach Augen essen müssen. Ich habe auch Hunger, ja. Wenn wir nach dem nochmal essen? Also mein... Nein. Nein, wenn... Also wenn wir da jetzt gewinnen, dann sind wir... ...nötig qualifizieren. Bläh Ja, sie machen das gleiche Also wenn die anderen GG sagen, dann machen wir am Schluss alle Hashtag Direct Invite Nein Nein, es ist ja gar nicht gestreamt, dann ist es nicht lustig Ja, bleib mal cool und clean Dieses für eine Bann Lich Spirit Breaker Ja, Lich, die wäre auch Spirit Breaker Ich hoffe, ich habe die ganze Runde gesagt, und jemand hat mich interessiert. Ja, aber das hat es nicht übertragen. Nein, ich bin gemutet gewesen. Aha, er ist schon da. Nein, Birdbreaker, bleib! Käse, bin, machs Birdbreaker! Das 5. Team hat vielleicht gleich eine Legion. Das ist gleich eine coole Nerfung. Nein, lieber 1-Zim-Match. Ah, 10-Match. Nein, wenn man will, dann ist es ein Legion hinaus. Ähm, ich weiss nicht. Wann hättest du letzte Runde gespielt? Habe ich wench gespielt? Ich finde, ich meine, nicht ein wenig gefördert, oder? Nein, er ist gefördert. Ja, ich habe nicht mal scheisse gegen die, finde ich. Wir geben Stun und den Ding unterbricht doch auch, der Batrider. Ja, und er kann ja sein Toten über die alte Map schiessen, oder? Eben, ja. Auch nur wenn er Ministun hat, reicht es schon. Da hat eine Terrakotta statt, ja. Ähm... Wollen wir ihn mit die Racer nehmen, oder so? Oder hat er Tanker? Nein, Racer wäre eigentlich nicht immer so dumm, wenn er die Lassort hat. Und dann ist er hohe gespielt. Ja, aufgrund wenn er natürlich... Aber wenn er noch 4-Stuff macht, kommt er sowieso weg, also... Ja, das stimmt. Aber das muss jetzt sehr schaden. Ja, das ist ja auch gespielt. Das passt jetzt der Racer nicht wie sie. Aber ich weiss, ich bin jetzt vor 6 Jahren nicht, dass er gerade hier passt. Das ist mir auch etwas, was bei uns ein wenig gepasst. Ja. Vor allem muss er auch gegen den Carry haben. Ja, aber ganz ehrlich. Also nur wegen Passiv allein, nur wegen Batrider-Polver. Nein, ist schon nicht. Aber ganz ehrlich, Tink ist eigentlich bis jetzt viel beschissener als Racer. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oder Weaver. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also der Lassort holt er dich ja. Böse aus einem ist kaputt. Und der Spirit auch. Ja, mit Lassort kann er jeden raus holen. Ja, aber du bist so squishy. Der Spirit wird die für 4 Sekunden silencer beschränkt. Ich bin trotzdem fast für einen Viper oder so. Ja. Irgend so einen richtigen Heldopf. Huuu. 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 Bist du nicht mehr? Alright, girl. Okay. Wir machen voll ein Tryhard. Ich kann nicht so Heroes oder Skill brauchen. Ja, wir können den Ancient holen. Oder... Ja, dann hilft auch nicht der Ding, oder? Ja, aber den müssen wir ja noch nicht picken, weil sie werden ihn selber nicht nehmen, oder? Wir können sonst noch was annehmen. Dann kommt wahrscheinlich noch einen guten Limit, die sonst gegen die. Viper, oder? Ja, oder? Ja, wir hatten noch etwas gegen jeden Carry, den sie nehmen. Nehmen sie Sven, Ult. Nehmen sie Ursa, Ult. Nehmen sie... Okay, Ursa. Das hört sich jetzt nicht, wenn du Overpower machst und er ist ein Ultima. Ja, das stimmt. Ich kann dir nicht nachrennen. Stimmt schon, Viper war schon nicht schlecht. Machst du gut, Spiel, Viper. Wenn sie mit 10 wieder so einen Held, wenn sie schon den Ur-Organ nehmen. Nehmen sie einen S und einen Krippel hält, weißt du? Wir können ja immer noch schauen, wo wir ihn setzen müssen. Ja. Können wir den Mechanismus machen? Wenn sie jetzt eine schwache... Schau, sie haben schon wieder eine schwache Safe-Lane. Schau mal das an. Wir könnten hier eigentlich auch mit Viper auch aggro 3 machen. Und dann Solo-Long-Rid. Ja. Schau mal, die haben keinen Stunt. Also ja, doch, sie haben Nerfs. Wenn wir einen ABA nehmen, dann Stun auch mal und dann ficken wir es einfach ab. Ja, weil das weine ich, oder? Ich fahre mit Chilling-Touch und fucking Viper-Slow und so. Ich glaube, das wäre nicht mehr schlecht, wenn ich dann was sie jetzt holen. Ja, eh eh komm. Ja, jetzt wäre es gut, oder? Ja. Ja, eh eh, fix. Ja, eh eh, fix. Ja, eh eh, fix. So. Weil Wenger ist nur eine Tanksache. Irgendwie ist nicht so viel irre. Ja, ja. Ja, ja. Hast du nur überlegt, der Stun ist nicht so weit? Ja. Du hast immer das Gefühl, der Stun geht weiter. Ja. Du hast Ederlands gebaut. Ist Ederlands ein geisseres Item auf der Wenger? Doch, das habe ich ja gebaut letztes Mal. Ja, das hast du aber nicht vor. Ja. Ja. Ja, aber dann hast du aber, wenn du das Game anfängst, dann denkst du so... Ehh, eh, 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 eh. Voreis gespielt hast! Denkst du ja, easy Stun! Also machen wir Ange-3, oder? Ja, ja. Dann machen wir kaputt. Ähh, jetzt Ember. Okay, sie haben sie geschluckt, sie haben keinen Carry-Bomb. Sie brauchen noch, sie haben mit. Sie brauchen... Sie brauchen den Off-Lane wahrscheinlich. Wo ist denn der Batter da? Naaah. Ja. Er spielt dann, äh, 92% Spielt am Mittag. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ich habe irgendwie das Gefühl, sie picken etwas, das Damage machen kann. Weil sie haben eigentlich null Schaden. Hast du noch einen Off-Lane, der viel Damage machen will? Ähh, Void wäre noch, fuck. Aber der macht einfach keine Damage. Sie haben nichts, um hineinschmeissen, weisst du? Nein, wir können ja voraus nicht reinshooten. Nein, Void wäre uns überhaupt nicht stören. Nein, wir würden noch pick-ins garantiert. Oder Quap, oder? Ich weiss nicht, Tide wäre irgendwie noch grusig, aber auf die andere Art, dort hat er keinen Damage gemacht. Aber dort, ich weiss nicht, Tide wäre irgendwie fast schon das Schlimmste. Ja. Macht er aus. Oder was meint der? Ja, aber nichts Bisseres. Schauen wir mal was hier ist. Schauen wir mal was hier ist. Pack, mitte. Nein. Nein, da haben wir zu wenig Übung gemacht. Ja. Stimmt, der Käse ist ja der Pack. Gut, jetzt haben sie geschluckt, Nati. Wah. Ich bleibe da. Also, wir müssen nachher nicht mit denen oder so spielen. Kann ich durchspielen. Nach Damo, dann müssen wir mal nehmen. Hashtag, sie sind gesponsert, Spettin. Wir müssen nachher nicht spielen, wenn wir so spielen. Magnus ist auch gefährlich, oder? Magnus, du hast ja schon einfach die Lane grusig, aber da spielt er keine Runde. Hast du noch eine gute Bad? Nein, ich würde lieber etwas nehmen, was auch noch ein bisschen... Okay nein, schau siehst, Badrider und Offline sind. Die machen Duellen. So, Badrider. Ich schätze jetzt einfach fast, dass Badrider und Offline sind Razor mit dir. Sonst gar nicht mit dir. Ja, das könnte man auch machen. Don't read mit dir und picken mit dem Graber einen, der auf die Zeichel gehen kann, wo nicht so... Dann müssen wir auch nicht einen picken, weißt du, der... Also, gegen den Badrider ist der da unten. Scheiße. Neben dem, weißt du. Gegen den Razor kann ich etwas machen. Ja, da kommt gerade eine Sintengraber, die du spielst, und du bist gegen Badrider. Ich weiss nicht, ich habe nie etwas besser als jemand gehabt. Äh... Ember! Nein, nein, nein. Silence. Ja, das ist doch voll gefährlich. Das ist gefährlich. Den überholen wir jetzt doch einfach. Ja, das ist voll gefährlich. Weil lieber nicht einer ein wenig escape hat und so. Ich habe einen Ember vielleicht gleich. Eben nur Ember oder... Ja, das ist nicht das gleiche wie mit 1000 Items umfang und nur Damage machen. Ja, aber eher haben alle schon Early Damage. Mit drei Heroes, die schon am Anfang schoeten. Ja, aber wir können schon. Und zwei Verlade. Ember könnte schon gehen. Ja. Ich gehe in Ember save lane. Was? Ah, dann hat er in die Mitte. Hat er in die Mitte. Dann müssen wir es so machen. Ja, sicher. Was ist, wenn sie es nicht so machen? Wenn sich der offline Razor schickt, Badmitty? Swap? Äh, wir swappen. Wir swappen, ja. Wir gehen in Tapu und dann sehen wir, wer offline geht. Ich muss ihn ein wenig anders bauen, ne? Oder gehen wir Pater runter holen? Nein, Toppap. Ich muss nicht so lange laufen bis ich da oben bin. Team, das reicht auch, wenn eigentlich der Über schon runter geht. Pater, das könnte ein paar Sekunden später dann kommen. Nicht aus und schweilen. Doch, doch. Gehst du runter, weisst du. Ah, wir sind ja tot. Ja, wir müssen hier. Nein. Sie werden sicher denken über die Lane. Ich glaube, sie haben irgendwie nicht so gute Idee, wie wir Lane irgendwie. Ja, haben wir kurz vor 10 Sekunden auch noch nicht gehabt. Gell? Ja, es geht so. Wir haben gewisst, dass es entweder eine Mitte- oder Offlane sind. Nein, es geht so. Wenn es uns ganz gut läuft, Kesi, mache ich Handchen, gell? Also. Händchen auch mal. Ja, ich bin mit Venge-Belieb. Ja, zwei Mangos ist super auf der Venge. Mit Venge habe ich kein Problem mit, das ist 5%. Ich glaube, du willst noch... Nein, du hast Stabos. Ja, sicher Wenge 50. Ja, selber Tango. Ja, ich glaube, 1-2 Tango. Deswegen hätte es ein 7. Wer hat den Job? Wird der Smoke brechen? Nein, ich glaube ihm voll nicht. Ich glaube nicht. Du denkst, die Smoke ist voll nicht. Ich glaube, wir können Böser dreificken. Wer ist so hartig, wenn er zu klein ist. Äh, darf ich weiter runter nehmen oder willst du? Nein, du? Wenn du weiter gehst. Also soll ich? Nein, nimm dich raus. Wenn du ein gutes Game hast, dann haben wir... Ja, wir brauchen... Wett geht an, Flan. Gut. Wir haben es richtig gehalten. Wett geht an! 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 Schuhe! Alles ab! Schuhe! Schuhe! Domi, kannst du gleich den Glückwunsch setzen. Einig Name zum Versuchen. Ja, ich sitze da hinten gerade. Der Lies. Ich setze Binnen im Jungle. Mh. Ja, ich weiß, wenn wir Trillane haben, Dann müssen wir hier gar keinen nicht zwingend einen haben, wenn wir ihn voll fassen können. Wir werden einfach mal behalten. Ich hoffe, die nicht irgendwie angrosschweigen oder so. Äh, hast du gesehen, äh... Ja, für die Mitte. Okay, der Bett ist oben. Oh, oh. Path-Finding. Ich komme so durch. Also, jetzt machen wir mal einen Tor-Reward. Machen wir mal einen Tor-Reward. Dann kann mein Bär Attack-Damage absaugen. Ja. Ja, aber du kannst ihn einfach wegblinken, wenn du willst. Oh, Slark ist auch oben. Ah, er ist gerade portet in diesem Fall. Ah, okay. Mit dem Dual-Lane also oben. Machen wir. Oh, das Ding. Ich schaue nicht mehr. Ah, es kommt einer runter. Ach, da ist ein Bett runter. Ja, gut. Auf den können wir shooten. Also, wenn... Ja, ja, ich länge Bili aber gegen Slark. Wenn du einen Stand reinhast, dann können wir drei shooten. Sind ja bereit? Ja. Ja. Wenn er wieder runterläuft. Ja, wenn er ein bisschen schlau läuft. Jetzt, 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 jetzt. Aha, okay. Aha, okay. Er hat ihn perched. Was ist so viel? So, Mann. Die Creeps sind unten. Yes. Wenn du einen Ward willst, kannst du einen Lane Ward setzen. Ja, mach einen. Der hat auch Ward. Wad, mach Wad. Wad, wad, wad. Wad, wad. Wad, wad, wad. Wad, wad, wad. Wad, wad. Wad, wad. Wad, wad. Wad, wad. Wad, wad, wad. Wad, wad. Yes. Okay, bin weggekommen. Wad, wad. Wad, wad. Wad. Hahaha. Wad. I am cold. Wad, ja. Wad ist's müde start in dem Fall. Hast du noch die Schillingtarsch. Ja. Flark ist erst erst kurz zu fangen. Ja, aber irgendwann eher noch schnell kräftig. Das ist der Junge auf den Teufel. Was ist davon der Teufel? Ah, wer hat den Kurierektor genommen? Oh, wenn er da kommt, dann können wir ihn auch. Dann können wir den zweiten schütten. Erz wird missing, gell? Weg ist er! Gut, es gibt den Dings. Ich mach einfach das probieren. Ich kann einfach besser fahren. Oh, ich hol mir noch einen Stick. Wenn ich 5 bin, kann ich auf. Nimm den Tango von mir. Über. Warte, lass. Versteigt sich denn der Siach? Ja, da oben. Ah, er ist schon wieder oben. Alter, der ist einfach... Ja, das ist schon... Ah, der Dings ist auch da oben. Jetzt hat sie geswitcht. Yes. Also, über kannst du auch gegen den Lane. Ja, wäre gut, wenn ich auch mal schauen kann. Oder wir pushen da so schnell wie möglich. Und gehen dann... allgemein halt. Ah, schau ich wohl. Ja, mein... Das ist normal ein TP. Also, ich hab einfach... Aber... Ich hab schon mal... Ja, ich hab zu viel Eid. Ja, aber... Wenn der Ember und Dorf Lobby sind... Ach, komm schon mal rauf. Dann... Schau wir mal. Mhm, okay. Ich hab auch TP-Riding gegen mich. Ja, ich hab... 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 Aber... Aber... Die Ektravi... Das ist eigentlich das gleiche wie vor... Sie sind drauf gemacht zu ganken. Also, wenn wir unsere Six zusammen bekommen... Und nachher einfach... Einfach... Ge-roll löschen können. Ja, eben... Ich brauche... Ich brauche... Hey! Das ist schwer wie eine Konzentration... Ich hab... Da unten... Da unten... Ich hab... Ja, ich komm auch. Ich lauf mit den Hays... Piu... Piu... Ja, Spirit... Glase! Mit Speed... Wohin des irgendwas? Sie sind wahrscheinlich schon... War hinten... Wahrscheinlich... Man stuflos... Hier haben sie vielleicht erwartet... Du... Du... So... Jetzt... Gehen wir einfach... Grau Zonen, komm... Ja, wir haben uns... Ich glaube... Toll. Er hat den Stand verkackt. Ja, er hat den Stand verkackt. Ja, er hat den Stand verkackt. Warte, ich bin angst. Ich probiere es. Okay. Er war schon oben gesehen. Okay, go. Einfach durchschlagen. Kusch, kusch. Kusch, kusch. Kusch, kusch. Sollen wir noch ein bisschen reinschlagen? Nein. Ah, komm. Ich glaube, die Switch hat es gerade wieder. Ich glaube, die Switch hat es gerade wieder. Es ist schon gut, sie sollen sich ein bisschen bewegen. Der Flameguard hat ... Er hat noch geholfen. Oh, je, je. Äh, ja, gut. Er ist in der Mitte. Ich habe gerade keinen Teepee bekommen. Ja, ich habe jetzt schon. Ja, ja. Hey! Was? Na, wo? Wenn du heute scheisse. Hol. Ah, wo? Na, fang. Nein, nicht trocken. Schämst du, denke ich nicht? Ich bin so schlecht, Mann. Äh, auf zu zweit und 8 und ... Er ist voll chillig, sehe ich. Ganz ruhig. Die Betein ist richtig flamend. Er ist so ein richtiger Schäber. Er ist einfach gekifft. Der ist so drauf immer, wenn er spielt. Der kann man echt holen. Ah, den müssen wir holen. Ah, den müssen wir holen. Ja, wenn man einen Tötet bevor er es aktiviert, dann ist er top. Oh, bitte. Ja, das ist schon, ja. Wenn man einen Tötet bevor er so etwas macht, dann ist er top. Kann ich auch für mich das vorangehen, oder? Das lag ich schon. Ja, danke. Ja, dann können wir gut. Ja, aber da haben die Raid jetzt recht schnell geklaut. Weißt du, wie du das hast. Ja, da bin ich nachher einfach zu berühren. Der Oracle sitzt da. Oh, jetzt müssen wir uns helfen. Okay, go, go, go. Einmal. Gut, einmal. Ah, du hattest Oracle Peaks? Ja, ja. KILLING SPREE! Oh, um, ancient. Fuck you, na? Oh, um, eh, Slug tippet. Ich komme runter. Ja. Kannst du dich rotieren? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Oh, okay. Oh, ich glaube jetzt bin ich sicher der Dingo. Ja. Also nicht im Feld, jeder. Ja, ich gehe zurück. Nice rotation, nice. Ja klar, ich habe immer so viele Abfühlmessers. Hast du schon noch ein Wort? Ja, also ja, eine der Basen. Ja, wenn ich Level 60 bin, kann ich aus dem Ram-Noten. So. Ich habe es. Rezept. Ja, wir könnten da ein bisschen anficken. Der hat noch keinen Satz. Ja. 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 Oh. Ah, lass du nur meinen Stick auf. Es ist auch ein bisschen gross drin, aber es ist gleich. Öse. 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 Öse ist wieder Mitte. Cheers. Öse. Ich muss kurz die Wave hinter den da vorne. Es ist überhaupt unbedingt level play. Ich kann nachher für den Ramannanen. Ich kann dir nicht helfen, ich komme zurück, aber ich kann das mal auch noch geben. Ist gut, Nuss. Und noch zwei Creeps, dann habe ich es. Ich würde ja gleich einen Casual Stick holen, das ist so geil. Der Gigant kommt zurück. Ja, ich mache dann der Side-Control, right? Gut, und dann ist weg. Weisst du, was ist das scheiße? Achtung, unten ist einer gesehen. Ja, Alter! Oh, Mann! Ja, egal was, ich habe jetzt. Wollt ihr wieder hoch oder möchtest du Gold setzen? Ich weiss einfach nichts. Ich meine, er fällt ja ein Ulti. So, ich habe ein Ulti. Weisst du, was? Ich kann schon nach oben warten, weil du eine Vision hast und dann... Ja, ich bin dich mit da hin. Weisst du nicht, wann ich damit anfange? Du hast mal einen. Ja, ja, das Böde ist da. Achtung. Achtung. Okay, meine Ulti kommt da rein. Ja, ja, ja. Das ist ja gut. Woher kommt er etwa? Da, da vorne. Weit vorne. Äh... Äh... Warte, warte. Warte, warte. Ja. Ich habe noch TP cooldown. Nein! Okay, ich habe es versaut. Ah, das habe ich jetzt versaut. Micromässig. Ja, das würde schön. Jetzt aber gleich meine Beauty. Darf ich kurz farmen noch? Weil dann habe ich noch eine Minimidas. Ja, das Böde sitzt da hinten, hm? Ja. Äh, Razer könnte da auch irgendwo rotieren. Ja. 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 Das ist gut, ich habe es jetzt nicht. Okay. Hast du vielleicht nicht mehr da oben der Erfsböde, oder was du... Ja. Ich fahre gerade die linken Seite. Ja, ich würde gerne mal gehen warten, aber ich... Ich traue mich nicht, ehrlich gesagt. Ich stehe bei dem, wenn du klingst. Okay, Orakel ist oben. Ich habe meine Ding wieder. Jetzt habe ich meine... Beauty. Jetzt. Gut. I... Have this... My... Das... Relativ... Relativ... Arme... Nein, 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 nein. Ich hätte sie schon, wenn ich sie... ...gehaftet. Wenn ich sie gehaftet hätte... Ja, sie sind 3 oben, gell? Also... Ich hätte einfach sie mal gepusht. Ja, ja, wir sind 300 tauschen. Gut, 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 gut. Sorry, aber sie machen schnell Druck. Also, das lag gut, aber sie machen 3. Ja, das ist bald sie unterpuschen. Und dann müssen wir den von Wehster-Druck kaufen. Das sind ja alle gekäldet. Gut! Wir können hier mal den Fabern aufbauen. Du musst nicht der Embrye sterben, er... Er... Ja, der Erf ist oben! Er war oben. Oooo, er kann nicht denneien. Er ist weg, er war unten. Ja, er ist weg, er ist weg! Er ist weg! Er ist oder wir auch... R-R-Ö-Mnant... NOOO! Go, go, go! Wir müssen uns hochschauen! Können wir oben helfen, oder was soll man helfen? Ja, ich kann den Bogen pushen. In dem sind das oben. Der Spirit ist da. Ja, ja, er hat einen Stein geworfen. Er hat schon versaut. Ich kann ihn holen. Oh, du bist so tot. NEIN! Er ist doch tot. Racer kommt noch. Nein, der Racer kommt auf dich. Die haben wieder keinen Lack jetzt. Die bin bei dir. Übrig hat er echt einen Mausswappen. Ja, ich habe keinen Olden. Ich muss mal warten. Ich muss mal schauen. Das schmeckt, das ist egal, Leute. Ja, das schmeckt. Ja, das schmeckt. Weißt du, wie wir jetzt dem gehen haben? So vor, richtig hinten? Ja. Den Eindruck. Von oben. Ja. Da. Eissen, Tango. Wir haben hier wieder keine Vision, hä? Sollen wir posten? Nein, nein. Ich habe noch keine Zeit. Ich habe noch keine Zeit. Aber gut, es reicht schon. Ja. Mehr gebe ich dir sicher nicht. Ich habe nur... Ah, ja, die Böde ist da oben. Weißt du, zum rotieren der Support ist noch ein bisschen nicht. Ja, ich weiss schon. Nein, aber ich bin ja jetzt oben am Babysit. Ja, das ist schwer. Wer macht das immer die Wave kaputt? Oh, Pia! Ja. Ja, ja. Okay, Fatbrider hast du da, Fatbrider hast du da. Racer ist oben, Racer ist oben. Racer ist oben? Gut, dann pushen wir. Ich habe immer eine Ultime. Ja, immer eine Ultime. Nein, hat noch keiner. Noch nicht? Gut. Ich gehe jetzt runter und pushen. Dann kannst du mal einen Step runter. Ja. Ich bin dann unten gekommen. Hände gelaufen? Ja. Oh, fuck. Oh, ich habe einen zu weit hineingesetzt. Egal, Luka. Ich bin dann lieber. Dann hätte ich zuerst. Okay, sie haben einen Oraklen eingesetzt. Die Bar muss einfach so schweigen. Die pusten Mitte weiter. Wie ein Tipp zum rausgehen. Wie viele sind noch da? Ja, 2, 1. Retter, 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 Tippe 2. Stratport? Ja. Ah, ein Trap? Was abbrachen? Ich weiss nicht, oben ist immer noch Raison Slug. Nein, die Räte ist Mitte. Kann ich unten noch ein wenig weiter pushen, oder? Ja. Ja, danke. Ich habe jetzt ein bisschen geworfen. Ein wenig da. Ja, ich nehme jetzt die Runde. Ich weiss, wie soll die Janger safe ist. Ja, da auf der Seite, dass wir pushen können. Wenn wir ein wenig Seite wischen. Ich mache da auch eins. Bei den beiden anderen. Ich weiss nicht, die Janger sind halt hier zurückgelaufen. Ich weiss nicht, ob die Janger sind. Ich weiss nicht, ob die Janger sind. Ich weiss nicht, ob die Janger sind. Das ist keine Worte. Oh klar, aber komm. Was? Der da? Was wird Slug denn? Au, ja, scheiße. Warte, gib mir das hier. Nein, das ist gleich. Wenn wir den da killen hatten. Ja. Hast du den Swapen? Ich Swapen, ja. Nein. Oh, der Tag! Gut. Ich glaube, wir können pushen. Ja. Hey, der Ding ist da drüben. Oh, ich bin nicht drüben. Nein, ja. Immer noch kein Kill. Ich bin nur, man kann schulfen, wenn wir entangeln. Ja, ich komme einfach runter. Jetzt. Ja, wir kennen sie. Da kommt ein Kruger-Water runter. Es fehlt relativ viel. Ja, ich komme einfach mal an. Ich gucke schon an den Fendits. Passend auf aus. Back and Bad, leider. Oh, da kommt etwas. Wenn du kannst holen, dann probieren wir den Ding. Okay, sehen wir den Warten. Ja. Höfe. Raus. Ja. Raus. Ja, wir brauchen aber gleich Quartz zum Puschen. Oh, er hat keine Wart. Ja, oben Puschen ist gut. Komm, hast du die Hand in der Tower-House? Ich habe alles gemessen. Wir sehen nichts. Ja, hol mal. Ich hole noch Smoke, dann kann man sich zusammengestellt werden. Weil ich kann nicht alleine in Schangen. Ja. Jetzt ist er noch Künferer, aber. Gut, wir alle in die imagem vorgesehen. Schleck hat ein Schmyrchen mit dem Schullen und Wunder gestalten. Schleck hat die Schleck hast ihn nach hinten. Ja, da hab ich gesehen. Der hat Level 7. Aber 4 Sekunden habe ich nicht hept. Ich habe einen fressen. Oh, Achtung! Es freut mich alle. Oh nein, mein Schild! Das ist noch gar nicht. Mein Ulti kommt da füren. Warte, soll ich auf den Towers? Er darf fallen. Nice. Der hat er unten, der hat er unten. Wir haben noch keine Ulti. Ganz kurz, warte. Wir haben noch keine Ulti. Ganz kurz, warte. Oh, da ist ein Blitz. Oh mein Gott. Der hat Shadow Blade da. Ja, der Shadow Blade. Oh mein Gott. Wahrscheinlich hat er damit extra, weil er so... Jetzt hat er gerade dieses Lachen so... Hehehehe. Oh, und ich habe keinen Bär. Fuck. No Bär. Ah, ich bin schon geformt. Galt, ich bin schon geformt. Galt, ich bin schon geformt. Aber was ist der Fall? Es geht, ich bin da der Move holen. Der Lass hat dich gemacht. Nein, er ist nicht der Neue gekommen. Das Lach. Gute Frage. Kannst du Invis vielleicht auch? Ja, ich glaube der ist schon oben. 10 Sekunden habe ich dir. Ja, der ist schon oben, das Lach. Ich muss... Schau, fahren wir mal an. Lachen wir den Grossi. Zweite machen wir mal oben. Probieren zu pushen. Ich habe noch einen Tag. Ich bin ein bisschen zu früh. Ja, du musst sehr spart. Aber gegen Nugend ist besser als auf der Seite. Können wir den nicht holen darfst du? Ich habe noch keinen Pair. Dann können wir gehen. Er ist dafür relativ squishy durch seinen... Hast du nicht so zu schliessen? Hier. Ja, er ist scheinlich gegangen. Hier ist ein Sentry. Ich kann mich nicht fressen. Hat er nicht Bäume gespawnt? Du kannst mich wieder teleportieren. Schau! 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 Oh, das ist ein Grauto! Vielleicht gibt kein Silence. Ja, sie haben noch 1-speed müssen dich catchen. Ja, sie sind mit mir ausgebildet oder lassen. Hey, du hast die Track-Karte? Was sagst du da gerade noch? Ja, oder 1-2. Ja, ich weiß nicht. Oh, Lank hat es noch bei den Dings. Superjob. Wir haben einen Sre-Lack dort. Ich bin damit drin. Die Ange-Lack-Stack. Es geht immer zu lang, dass es Sre-Lack ist. Ich brauche nur bei 1,5 Grand für uns. Ja, sie waren verdammt viele in der Mitte. Ja, der hat der Mitte so an sich, Nati. Kann ich da vielleicht besser fahren? Wir kommen in den Mitte. Ja, logisch, ja. Ja, ich kann den Swappen vielleicht. Ja. Nein, mit weitem nicht. Mit weitem Swappen. Level 1 Swappen, kommst du jetzt nie so weit. Ja, nein, ich habe gedacht, ich bin schnell. Ja, Pushtop. Lack schon. Ja, dann laufe sie mal runter. Doch, kommst du Park? Nein, gerade Farm du irgendwo. Ja, du kannst hier runter porten. Okay, dann kann ich. Ja, aber Glamoune wollen sie pushen. Ja, aber ich kann einfach runter porten, weisst du. In 20 Sekunden habe ich Zeit. Wollte rausgehen. Danke. Ich habe alles verdammt. Oh, einfach Sand. Kannst du Sand? Nein. Nein. Es ist aufgraben. Oh, oder? Verschlobe an. Ja. Ja. Rennen Sie! Eigentlich können wir ein wenig farmen. Ja, ja. Also mehr als stärkere Leid, würde ich mal so sagen. Ah, fang. Ja. Ja. Der einzige, der gefährlich ist, ist das Lager, wenn der gefeiert wird. Ja. Bis jetzt haben wir noch keine Kills bekommen, oder? Doch, schade. Doch, oben dran. Ah, ja stimmt. Ja. Ja, das ist aber nicht so tragisch. Wir können wahrscheinlich schon genug kontrollieren. Ja, aber auch. Ja. Wir müssen einfach schauen, dass sie nicht zu viel bekommen. Wie brauchst du den Radeon? Äh, einfach noch ganz wenig. Ja. Ja, ich bin Radeon 7. Ja. Ja, dann können wir mit dem Bago pushen und so. Schau da. Ja, du musst es auch nicht. Your middle tower is under attack. Warte, warte, warte. Ich habe das Wort. Ich werde kurz vor dem Mana. Radeon ist unterwegs. Die ganze Radeon ist. Das ganze Radin ist. Nicht nur das halbe. Aber super. Ich werde meinen Bär vor dem Heilen. Ich habe einen Remnant da vorne. Der hat aber Mana für mich. Ja, kann man auch noch. Jetzt ist es kaputt. Warte. Warte. Der geht nicht nur mal rein. Nicht das nächste. Leck vorher ziehen. Vorne ist eingefahren. Oh, nein, 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 nein. Oh, ich brenne. Lauf. Lauf du. Oh, ich bin viel zu lange im Firefly gewesen. Ich bin auch in den Tower. Hauptsache kommt immer mich oder was? Nein, ich bin noch nicht ganz dort gewesen. Ich habe es... Oh nein, ich habe es so lange gemacht. Da hat sich ein Schlechtler angefangen. Aber es ist dann gesehen, dass... Das ist ja... Das Lark ist hier gekommen und hat durchgebürstet. Also mich. Sie holen mich über den Tower. Nein, ich bin auf dem Bad und am... Erst für Nacht. Und daneben ist gestohlen. Egal. Ja, ich hatte noch nicht genug Wansch und Swap. Ja, das habe ich auch nicht gebaut. Ich baue sonst irgendwie... Äh... Ich hätte jetzt nicht nur mal... Also ich bin bei der Wansch. Ich habe auch gesagt, Arcan machst du nicht für alle anderen, ja. Ich weiss, Eiffel Lenshol du hast. Ja. Ich baue manchmal... Ich baue Threads um... Und dann mache ich noch Power Threads, damit du jetzt noch ein bisschen tanken und ein bisschen stärker. Aha, ja. Aber wir haben... Das Problem ist jetzt... Es ist gar nicht so schlimm, dass wir gleich halt Keynes haben, weil... gar nicht mehr sonst etwas hat. Aber meistens boosten wir nachher nicht mehr. Meistens boost für dich selber, oder? Also Keynes sind wichtig. Ja, aber nach dem Lakehand boost du das gleich nicht. Ja, ich bin klar. Ja, wenn du noch andere hast, dann boost sie auf den Wansch, nicht. Was ist das? Äh... Die Karten holen sie auch meistens... Ja... Ja... Einfach eh habe ich nicht verloren. Ja, wenn du noch andere hast, dann baust du gescheiden nach unten. Ich komme auch mit dir. Mein Bär pusht mit... Harry, ich weiss, wie die sofort... Ja, nein, ich weiss schon was... Ja, ja. Äh... I know my support. That's right. Pushen wir mit dir, oder nicht? Wir sind gleich 900 Gold, oder? Und... Ja... Also... Wenn der fight, dann... Wenn der fight, dann... Was ist das denn? Das Radion. Ich habe nur gegraben. Ich bin so aggressiv. Hier gehst du mit ihm. Die Silencer, die Wete nehmen, ist kaputt. Ja, ja, eben. Okay, ich stehe das noch so. Du musst erst gehen, zum Schluss den Jäger. Was ist denn in Rosh? P? Ich werde sie kurz ein wenig rascheln und nachher stehen. Oh, Jungs! Ja, das geht. Wie geht der? Woah... Swaps ist... Ich habe es vor. 1-3. Woah, er ist eingesperrt, er ist eingesperrt. Ah, okay. Nein, raus, 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 raus. Nein, nein, nein. Geh raus! Oh! Oh! Musst du nochmal jumpen? Uah! Das reicht nicht! Ich mache einen A-Gef. Zum Rotschen. Und der Bauer raus, der stirbt. Nein, der stirbt. Nein, der stirbt. So, alle Fien. Fuck! Ich bin jetzt der andere nicht mehr verrecken, wo Oral-Tel-Ulted Boden ist. Nein. Ja, mit der Mecha zusammen. Aha, ich habe einen Dain-Druck, woher wir es anziehen? Ja, ich habe einen A-Gef. Ja, ich habe einen A-Gef. Dann kommt der Scheid durch. Ich habe keine Munker, aber nicht. Ich habe nichts mehr. Ich kann nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Insec. Ich habe einen Dain-Druck zu tun. Ich habe einen A-Gef. Hin zu haben... Ja, ich habe einen A-Gef. Ja, aber auch ein Solo. Ich habe ihn nicht mehr. Ja, so weit hinten sind, wir haben ihn hier. Hieb du siehst? Aber weisst du, wenn ich zum Beispiel den Badstack habe, kann ich uns den Swapen reinlassen, das würde jetzt auch schon klingen. So, der Ding kommt vielleicht auch da rein, so, dass jetzt wieder gut ist. Oder mehr. Jetzt sind wir Osh, die anderen. Fire Remnant ist so ein scheiss Felsen. Dann würde er auch. So. Ja, es gibt nur 50 Sammages mehr. Mehr anderen. Das macht nichts anderes. Jaaaa. Jetzt hätten sie sicher das Gefühl hier, dass du einen Wurst. Aha, Fire Remnant. Ich dachte mir, Flame Guard. Ah. Ich denke mal. Nein, Fire Remnant. Du darfst auch nicht leben. Ja, ich habe es auch nicht gelevelt, bis es auch Level 1 ist. Wollen wir probieren dürfen, oder? Okay. Ich könnte es runterkommen. Mit Battle Fury. Mit Battle Fury. Mit Battle Fury. Kein Ulti. Einfach da. Ulti ist 5. Ich komme gut. Oh, Didi. Ich hoffe aufs Didi. Was du? Oh, 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 oh. Ja, genau. Egal, egal. Egal. Egal, Egal. Egal, Egal. Egal, Egal. Egal, Egal, Egal. Es kann nicht zu aggressiv werden. Warte, Es braucht das Spirit. Hey, wie kann ich mich nicht bewegen? Woher hat das? Endlich konnte ich mal Damage drücken. Da sind noch ein paar irgendwo am Low rumlaufen. Können sie ja... Ja... Ich... Warum sind wir immer... Wie ist der da hinten gelaufen? Er hat einen Woods of Travel wahrscheinlich. Ja und? Woods of Travel? Vielleicht der Hawk? Ich steige einfach kein Level. Das gibt's nicht mehr. Da ist Wensch! Ich bin jetzt seit 10 Minuten Level 9, habe ich das Gefühl. Was bekommst du mit dem? Ach du, da lagst du in das Wort irgendwo. Schon? Bist du da? Kannst du... Warte, du musst... Zu jetzt einen. Du kannst einfach den Shadowblade kaufen. Okay. Ja, ich habe immer noch Randoms, aber okay. Ja... 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 Ja Minute kommt's fliegen. Warte, kann ich... Oh nein, nein, raus, raus, raus. Ja, nein. Ich komme gleich bis zum Anarfen. Das bleibt ja doch. Ja... Oh, du kannst mal den Großen lassen. Ja, ich kann ja. Ja, ich kann... Minimide das... Aber wenn wir nicht mehr weiter pushen. Ich baue links uns vor, bevor ich den Daedalus gehe. Wo wo wo, da? Wir sind da, wir sind da, wir sind da. Ich habe nur noch 1 Entry. Das ist trotzdem, man kann mir helfen. Nicht. Der Dark hat Eye of Scully. Hast du nur noch 1 Entry? Ich weiss, das sind nicht nur 5 Männer. Wir sind da vorne. Bad, 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 bad. Irgendwo da, bad ist da. Erst draus, Kumpas. Alle Jägerwaffe sind drauf. Ich mache noch den Tischler. Komm raus. Ich bin mit uns unter so. T-Pit, Kumpas. Ich basche. Mauter 4. Und ihr eine Axt. Muss ich auch nicht blicken? Nein, nein. Ich komme da entgegen. Lass mich ein bisschen fighten. Ja, komm. 6 Sekunden habe ich. Ulti. Ich habe mir das Gefühl, dass ich sie ficken könnte. Ich bin nicht für den Kumpen. Nein, ich komme nicht an. Nein, nein. Es sind nur die zwei? Es ist egal. Der Graf macht nicht genug Damage im Moment. Ja, ich wäre ja auch. Aber der Ding wäre noch da. Ja. Ich bin gleich noch da holen. Kannst du jetzt durchmachen, was du willst. Geil, Heal noch weiter du hast. Jetzt kommt sie gerade. Er kommt ja gar kein Heal über jetzt, oder? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ja, wir müssen einfach shooten. Momentan sind wir irgendwie... Also das Lark ist echt mehr am Fokussieren. Oh, er hat ein bisschen gemacht damit. Mensch, du bist ein Lauf damit. Komm. Wir wollen aufpassen. Du kannst nicht einfach so rausziehen, gell? Du hast dann immer noch Remmets bekommen. Doppelasset, ey. Alter. Ja, ich war schon. So geht meine Tasten nicht. Jetzt weißt du drauf gespielt. Ey, links weg halt. Oh, mit... Einen Ding? Loh? Weißt du kurz... Wir haben ja kurz zu stoppen. Nein, jetzt geht er wieder. Nein, es geht. Da, das Lark ist im Dschang. Gut, wir können jetzt eigentlich in der Position, die wir vorschlagen, oder? Ich habe gerne noch meine AC fertig gemacht. Ich weiss nicht, ich würde sagen, je länger das geht, desto besser. Theoretisch. Ja, denn wir haben auch ein gutes Weg-Game. Für den Übers hat es ein bisschen scheisse. Aber meiner ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich habe nur noch einen Schlagwort. Wie ist es auf der Höhre gekommen? Ich bin der hinter mir. Ja, nein. Was ist das? Whoa! Ah! Was ist der? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, 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 ja. Was ist das? Was ist das? Da ist es. Ich habe ihn schrecklich. Da hat es ein Ding. Was dachte ich? Gut. Er war noch Kult. Ja, 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 ja. Mal gucken jetzt. Jetzt pushen. Ja, pushen wir ja. Oh ja, und da. Ja, jetzt hast du gerade schon ein Affe. Ja, ich habe gesehen, dass er da nicht boll ist. Der Bett ist ein guter Bett. Er hat den Bett nicht erwartet. Ja. Ja, meistens ist es fast besser als der Bett. Ja, und ich habe trotzdem schon 1300 Leben. Der hat fast immer gut bei der Bett. Der stirbt auch nicht so schnell. He, he. Der Alter. Oh, nein. Ich denke, der Affe zockt. Sorry, Jungs. Ich denke, der Affe zockt. Tönt jetzt genau gleich wie der Ding Amis, hä? Wie der Filz gefilzt. Einerseits können wir noch einen rauspicken, oder? Ah, jetzt wird's okay. Ja, ich lebe drücken. Ja, ist gut. Ich gehe kurz mein Bödel-Ligo füllen. Ja, ist gut. Ich gehe kurz mein Bödel-Ligo füllen. Ja, jetzt ist sie. Oh, schade. Oh, schade. Also, ich mache Side of Vice noch. Einfach für... Ja. Cool lustig, weil ich bin von Crowley. Ich muss ihn bei mir einsetzen, gell? Wenn er noch sein Coup am Laufen hat. Ja, ja, ich kenne es. Okay. Also, ich habe schon Dota gespielt. Nein? Ist gut. Ja, ja, jetzt Midas und alles. Du musst sagen. Gehst du gerne noch auf einen Ding, einen Solar-Quest oder alles solche Dinge? Geht mit dir. Geht mit dir. Geht mit dir. Oder holst du einen Ding. Wie heisst der Kack? Lotus... Könnte noch was. Pipe oder noch etwas? Mich fängt auch noch relativ den Magic-Damage, irgendwie. Geht mal runter. Ja, es ist quasi ein Pipe. Ja. Nützt mir auch. Ich bin immer... Meistens sind es da low wegen irgendwelchen... ...Burred-Rules und Feuer und alle Sch***. No Resilience. Ich kann mal 1 Damage-Difragant eliminieren oder mit Files. Das ist ein Wunder. Ich glaube, dass er eine Hyde ist. Sie müssen doch halt Ghost-Step und Power laufen. Gegen... Ja, warte, dass wir nicht mehr so machen. Ja, wir haben noch ein paar Arten. Ah fuck, ob wir eigentlich ein Sentry dort haben. Ja, wir haben gefragt. Einfach kein Sentry. Sentry sind bei mir. Ich bin auch mit den Bergen. Ich muss die Beine vollkommen. Dann kommen wir Smoker hier. Wir sehen mal, wenn wir rückt. Ja. Das ist gut, denke ich. Wir pushen dann. Das ist hier oben. Genau! Der geht nach! Double! Oh, was? Double so einen! Ah! Ja! 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 Gibt sich den Schaden noch! So geil! Läuft man hier! Ja! 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 So blab, so blab, so blab. Okay, perfekt. Ja. Wir pushen gerade. Ja, push mal hinter. Ich habe einfach wenig Mana. Das ist richtig krass. Oh! Not even close übrigens! Ich habe jetzt mit dem Buff-Mack, dass er schnell aufgelacht hat. Ja, das ist so scheiße. Ich glaube, er hat das wohl krass. Bestimmt weiss. Jetzt sind ja nicht über 16. Die sind aufgelacht. Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ohhhh! Ja, ja. Ohhhh! Nein, gar nicht drin. Von Darius? Von Darius? Ja. 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 Super Hygiene, gut. Jungs, jetzt muss ich auf MKB, he. Wissen Sie sich gewinnen? Jungs, wir haben nicht immer noch Lust, wir sind dieses Spiel. Ahhhh! Ja, richtig Sau! Ich kann kurz jetzt hier den Tico-Jobs nicht holen, sind alle mit? F*** dich! Ich komme ganz zu mir, hey! Ich glaube, ich habe auch noch Probleme mit der Laden. Ja, das soll in den Match, es wird wahrscheinlich so sein. Gucken wir mal. Ich kann einfach mal eben die Marc, ob ich asschein ist. Nati muss doch das Empornament vollbleiben. Dann ist es so wie im Ding in der Gamesim. Irgendjemand anderes macht Scheiss-Dreck und du kommst ihn auf mich los. Okay, solange ich mir noch näher bin, macht das Lack-K, schade mich. Ja, Flats plus AC. Marc, jetzt die Taktik machst du eigentlich schon. Ja, schon auf der Tangle-Matte und selber Ratchet. Ja, das ist geil. Jetzt sind gerade die Linkens. I think we should drown now. No, no, no. Jungs, ich bin nicht da. Wait, wait me, please. Mal drei, mal draus, mal top, mal board, mal... So, jetzt in the center. Kannst du den her schlafen? Ist das immer ein paar abdessen? Ich meine gar nicht abdessen. Ja, ja, ich sag noch. Ah, ich habe ja Battlefury. Kann doch ein Junge pushen oder so. Ja. Ja. Gib mir auf. Oder. Oder. Wir holen diesen Kollegen, den Frosch. Wir haben einen Smokern geschnitten, damit wir geworfen können. Oh, die Zeitbis ist nachher noch. Ich kann ja auch mitkommen. Das ist doch passiert. Oh, wer bei dem ist toll, ist eh. GG. Das wird. Ich komme zu Staunen, warte. Warte durch meinen Bör. Okay. Er ist inwiss gegangen. Er ist inwiss gegangen. Ja, er ist inwiss gegangen. Sicher muss er direkt werden. Oh, da blut die alles nur noch... Das ist auf der Arm. Wir müssen mit der Zeit fahren. Okay. Er lebt einfach meinen Bör. Ah, soll. Begst du gar nicht, wenn ich dich mache? Nein, das ist ein Spell. Ja, ich habe ihn wegen Auto-Attack. Kein Auto-Attack. Ist ein Auto-Attack-Spell. Ist ein Attack-Spell. Es läuft jetzt sehr gut ab. Probieren wir es einfach. Einfach safe spielen. Ah, da hinten, da hinten, da hinten ist der Baddy. Ja, die gehen raus. 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 Jack, jetzt gehen wir mal von die Seite rein. Ich glaube, wir haben es verraten. Nein, nein. Nein, du bist jetzt abgelaufen. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Oh, scheiße. Du musst dich holen, Mutter. Du musst dich kurz raus holen. Ich könnte hier runterkommen. Ich könnte hier runterkommen. Vielleicht kannst du mir nach Ab-F-Tour machen. Nicht, dass es oben... Das ist sowieso. Ja, was? 2 von mir noch der letzte. Also ich pushe mit dir noch ein bisschen. Lachen von uns. Lachen von mir. Wollen wir gerade die BOT pushen? Ja, ja. Probieren wir. Du hast den Moment noch oben gesehen, habe ich gesehen. Ja, ich kann noch BOT zu zählen. Ja, ja. Ja, ja. 2 von mir. Okay. Hast du noch Reservenfälle? Ich muss auch so. Haha. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Schoote. 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 Woah. Hinter mir! Er ist ein falscher Crumble. Ey, das falscher Crumble. Die ulti hat noch getroffen. Ah, der putzt es. Wenn es lag, der putzt es. Achtung! Wir haben gleich überrollt. Ah, Junge. Ja. Die werden jetzt in so einem sich goalen. Gut, einfach mit. Du kannst es senken. Wer kann es senken? Wer? Der Bär! Der Bär! Der Bär! Hey, ich habe schon gesehen, Linken zu mir auf Viper- Viper- Äh. Der Flasser, meine ich. Die Lufthinni-Pistler. Ja! 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 Scheiß Direktivite! Wohra, dannö! Wohra, dannö! Wohra, dannö! Wohra, dannö! Wohra, dannö! Wohra. Wohra, dannö! Wohra, dannö! Wohra, dannö! Wohra! Jim Son! Erste Liga, Mann! Wohra, dannö! Ich bin stolz auf euch, der hat Geduld gehabt. Aber jetzt hast du richtig gemerkt, dass wir die letzten zwei Wochen zusammen gespielt haben, und Strat geübt haben und jetzt ist richtig geil. Also wir haben wirklich das Zeug ausspielen. Und der Bär zum Push ist einfach grössig. Das zweite Game dort. Das einzige, was wir verloren haben, ist auch nur gesehen, weil einfach das Backdown so ist, dass wenn du einfach grossen Fehler machst, dann verlierst du so grössig. Wir bannen jetzt so oder so einen Aspekt. Wir bannen jetzt so oder so einen Aspekt, das ist jetzt ein paar Aussätze. Ja, finde ich gut. Alles runtergeschüttet haben wir, alles runtergeschüttet! Wenn du einen Slug oder so mit natürlichen Silver Edge hast, geht's hier immer sehr schnell runter. Aber wir haben keinen Silver Edge Bauern gehabt, das ist eben auch noch etwas. Oh, ich habe eins. Ja, jetzt. Aha. Ja, er hat jetzt eins gemacht. Er hat schon lange gehabt, das war gut. Aber im Spiel 2 haben wir keinen einzigen, der überhaupt Sinn macht. Ja, ja. Das Spear-Man Spearbreaker haben wir, glaube ich, gehabt. Warte. Ah, nein, nein, nein. Das war ein anderes Game. Das war ein Game, Simon. Ja, egal. Egal, egal. Ja, Mann.